Lydia Soap, eine unabhängige Politikerin der australischen Ureinwohner, rief König Charles während seines und Königin Camillas Australienbesuchs zu, dies ist nicht euer Land. König Charles wurde kürzlich von der australischen Senatorin Lydia Soap ausgebot, die rief, dies ist nicht euer Land und ihr seid nicht mein König. Der König und Königin Camilla besuchten im Rahmen eines fünftägigen Besuchs das australische Parlamentsgebäude, als Soap Sona wie möglich an die Bühne herankam, auf der sie neben Premierminister Anthony Albanese und anderen Beamten saßen. Sie schrie, ihr habt einen Völkermord an unserem Volk begangen. Gebt uns unser Land zurück. Gebt uns, was ihr uns gestohlen habt, unsere Knochen, unsere Schädel, unsere Babys, unser Volk. Ihr habt unser Land zerstört. Gebt uns einen Vertrag, wir wollen einen Vertrag, wir wollen einen Vertrag mit diesem Land. Dies ist nicht euer Land, dies ist nicht euer Land. Du bist nicht mein König, du bist nicht unser König. Nach etwa einer Minute wurde sie zurück ins Foyer gedrängt, wo man sie scheiß auf die Kolonien schreien hörte. Die meisten Leute schwiegen während des Ausbruchs, während der König mit Albanese und die Königin mit seiner Partnerin Gio de Heden sprach. Wer ist Lydia Soap? Soap ist eine unabhängige Politikerin der australischen Aborigines und vertritt Viktoria seit 2020 als Senatorin, die erste Aborigine-Senatorin des Staates. Bis Februar 2023 war sie Mitglied der Australian Greens und von Juni bis Oktober 2022 stellvertretende Vorsitzende der Partei im Senat. Sie trat jedoch nach Meinungsverschiedenheiten über den vorgeschlagenen Vorschlag der indigenen Stimme im Parlament zurück, ein australisches Bundesberatungsgremium aus Aborigines und Torres Strait Insulanern zu schaffen, um die indigenen Gemeinschaften besser zu vertreten. Soap leitete dann die progressive Nein-Kampagne vor dem Referendum im Oktober 2023, was zur Ablehnung des Vorschlags führte da 60% der Menschen dagegen stimmten. 2017 wurde sie als erste bekannte Aborigine-Frau in das Parlament des Bundesstaates Northcote gewählt, wo sie bis 2018 als Abgeordnete für den Wahlkreis Northcote in der Legislativversammlung fungierte. Lydia Soap ist frühere Proteste Soap ist bekannt für ihre Kritik an australischen politischen Institutionen, die sie als Ergebnis des Kolonialismus ansieht. Sie musste 2023 von der Parade des Schwulen und Lesben Madigras in Sydney entfernt werden, nachdem sie sich vor einen Festwagen gelegt hatte, um gegen die Polizeipräsenz bei der Veranstaltung zu protestieren. Im selben Jahr wurde sie auch gesehen, wie sie während einer Demonstration gegen eine Kundgebung gegen die Rechte von Transgendern vor dem Parlamentsgebäude von einem Polizisten zu Boden gerissen wurde. Die Untersuchung des Vorfalls durch den australischen Antonei-General Mark Dreyfus ist noch nicht abgeschlossen, aber Soap hat behauptet, sie sei angegriffen worden. Warum protestieren Australier gegen die Monarchie? Die Unterstützung für die australische Königsfamilie hat im Laufe der Jahre abgenommen, da die Bevölkerung ihre Bedeutung infrage stellt, da sie kein Mitspracherecht bei der Regierungsführung des Landes hat. Das System der konstitutionellen Monarchie bedeutet, dass König Charles das Staatsoberhaupt Australiens ist, aber er hat nichts mit der täglichen Führung des Landes zu tun, sodass sich die Menschen fragen, warum das System nicht überholt werden kann. 1999 fand in Australien ein Referendum darüber statt, ob das Land eine Republik werden und nicht von einer Monarchie regiert werden sollte. Damals ging man davon aus, dass etwa zwei Drittel der Bevölkerung diesen Schritt unterstützt hätten, aber da man sich nicht auf ein System zur Ersetzung der Royals einigen konnte, wurde das Referendum letztlich abgelehnt. Seitdem ist die Unterstützung für die Monarchie zurückgegangen. Eine aktuelle Umfrage von Pure Profile ergab, dass nur 40 Prozent der Australier König Charles als Staatsoberhaupt behalten wollen, anstatt einen Australier zu wählen. Nova Peris, Co-Vorsitzende der Australian Republic Movement, sagte, die Australier sind nun wirklich bereit, eine gleichberechtigte Zukunft anzunehmen, in der alle Australier gemäß unserer Verfassung gleich behandelt werden. Bei der Monarchie geht es um fest verwurzelte Privilegien, um die Herrschaft von Königen und Königinnen über das australische Volk. Sie hat keinen Platz in einer Demokratie oder einer Nation, die stolz auf Gleichheit, Multikulturalismus oder Chancengleichheit für alle ihre Menschen ist. Was wollen die republikanischen Demonstranten? Die Idee, die Monarchie zu ersetzen und den Republikanismus einzuführen, scheiterte in den 90er Jahren, weil sich die Australier nicht für ein geeignetes neues System entscheiden konnten. Einige Menschen und Gruppen, wie die Australian Republic Movement, wollen ein australisches Staatsoberhaupt, das König Charles ersetzt, um das australische Volk besser zu vertreten. Die Gruppe sagt, ein australisches Staatsoberhaupt bietet uns die Chance, die verschiedenen Stränge unserer Geschichte in einer gemeinsamen Vision für ein Australien zusammenzuführen, das wirklich repräsentiert, wer wir heute sind. Unser Staatsoberhaupt sollte Vollzeit für uns arbeiten und sich voll engagieren. Es sollte aufgrund seiner Verdienste gewählt werden, die nötigen Fähigkeiten für die Aufgabe mitbringen, einer von uns zu sein, uns gegenüber rechenschaftspflichtig und uns gegenüber unerschütterlich loyal.